Niko, die Saison beginnt. Wie gefühlt sind Sie? Ich bin sehr gefühlt, ehrlich gesagt. Ich bin sehr glücklich. Der erste Spiel der Saison sieht immer so weit weg, aber es ist endlich hier und ich bin sehr glücklich. Ja, es ist der beste Zeit. Es ist ein langer Zeit. Der Vor-Saison ist immer ein interessanter Zeit, aber jetzt sind wir hier und bereit zu beginnen. Ich bin sehr glücklich dafür. Die wichtigste Sache ist, dass Sie gut vorbereitet sind für Kaiserslautern? Ich glaube, wir haben sehr gut vorbereitet. Wir haben sehr positive Resultate gemacht. Die Team sieht sehr gut aus dem Spiel, also ich glaube, wir sind bereit. Wie gesagt, sehr gute Resultate. Sie haben jeden Spiel in der Preseason gewonnen. Was ist das für Ihre Hoffnung? Ja, für die Hoffnung und auch für die Win-Win-Mentality. Die Win-Win-Win-Win ist ein Habit. Und die mehr du wohnst, die mehr das als Behaviour wird. Ich glaube, es ist sehr positiv für uns, dass wir jedes Spiel in der Preseason gewinnen. Kaiserslautern ist immer ein schwieriger Team. Wie spielst du das Team? Ja, ich glaube, wir werden, wie ein away-Games, das ist eine der besten Atmosphären. Und ich denke, auf der Öffentlichkeit, nach Hause, die ersten 15 Minuten werden sehr hektisch. Mit dem Publikum und der Art, wie sie spielen. Wir wissen, dass sie sehr aggressiv sind. Sie können auch mit dem Ball spielen. Wir erwarten eine sehr schwierige Spiel. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ja, erst einmal, es wird, wie du gesagt hast, eine gute Atmosphäre. Ich habe da noch nie gespielt, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich da erst einmal gespielt habe. Und über das Team. Es ist schwierig, zu sagen, es ist die erste Spiel der ersten Saison. Ich erwarte, dass sie, wie die letzte Saison, ein starkes Team sind. Wir haben einige neue Spieler in der Klub. Was denkst du von unseren Newbies? Ja, ich denke, sie sind wirklich gut adaptiert. Und ich denke, wir können wirklich glücklich sein, was wir haben für diese Saison. Ja, ich denke, die Spieler, die in die Karte kommen, haben sehr schnell geschlossen. Wir haben natürlich eine gute Kombination mit Halka, Andreas und jüngeren Spieler, wie Philipp. Und ich denke, sie haben alle gute Charaktere in die Karte. Und ich denke, sie sind auch talentueige Fußballer. Okay, danke, und wir sehen uns auf jeden Fall. Ärzti und jetzt nicht coisa祝 mal. Ja, und ich glaube, ich denke, sie sind auch schlecht hyped. Und ich denke, wir haben viele sie damitECT.